Hier gibt es ein etwas merkwürdiges Gebäude, also der Mercado de Flores auf Spanisch und auf Katalanisch Mercado de Flores. Und ja, das sind irgendwelche komischen Tongefäße, die an der Wand befestigt sind. Jetzt weiß ich gar nicht, ob da in dem Markt, wo ich gedacht habe, das wäre eigentlich ein Blumenmarkt, ob da nicht eine Kunsthalle oder etwas in der Art sich befindet. Ich versuche das mal herauszufinden.